Servus. Mahlzeit. Morgen ist Speyer. Wir sind auf dem Weg erst mal Richtung Speyer. Wir sind ja morgen da auf dem Event. Mit der Five for First, mit den Renegade Forces, mit den Mando Mercs, mit dem Dark Empire und die ganzen anderen Clubs. Nur von Star Wars. Es kommen natürlich auch viele andere Vereine. Aber wir sind heute noch auf dem Weg zum Stefan. Stefan hat uns eingeladen, uns sein tolles Kino anzugucken. Der hat ein Star Wars Privatkino. Da sind wir jetzt auf dem Weg hin und werden euch davon berichten. Wir werden jetzt die nächsten Tage immer wieder mal so kurze Spots einblenden. Und die Zusammenfassung über das Speyer-Event und auch das, was wir beim Stefan erlebt haben, das bekommen wir dann in der nächsten und in der übernächsten Woche zu sehen. Also quasi diesmal ausnahmsweise ohne unser fabulöses Intro. Genau. Deswegen, wir machen jetzt so einen kleinen Roadflop daraus und wir sehen uns nachher wieder. Genau. Macht's gut. Viel Spaß. Ciao.